Leute 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 und damit herzlich willkommen zum Battle of the Boxes Februar. Ich habe extra gewartet bis ihr hier alle da habt und zum Anfang noch kurz erklärt. Ich kann nur das vergleichen was ich hier habe und da habe ich einmal hier die Morphish Box Pro Edition Februar 39 Euro. Das müssen wir uns merken und das hatten wir letztes Mal nicht mit Bedacht die Preise und einmal die Better Fishing Box XL Version 29 Euro. Das sind nämlich ganze 10 Euro Unterschied und wir gehen jetzt rein in dieses Opening und vergleichen die beiden Boxen. Ihr entscheidet dann wieder unten in den Kommentaren welche Box euch besser gefallen hat und dann schauen wir mal wer hier heute gewinnt. Aber denkt dran der Preisunterschied mit Bedenken und vielleicht das kleine oder andere was auch immer. Letzten Monat hat auf jeden Fall die Morphish Box gewonnen. Mal gucken wer jetzt dran ist. Leute und da sind wir auch schon. Wir haben beide Boxen hier am Start und wir gehen jetzt nach und einander durch. UV ist mit am Start, Svenny ist mit am Start und jetzt schauen wir mal rein Leute was es hier so geht. Wir starten mit dem Gewinner der letzten Woche mit der Morphish Box Leute und dann wollen wir mal schauen wie wir das ganze hier aufkriegen ohne hier irgendwas zu liegen Leute. Ich nehme die ganze Sache mal aus dem Bild damit ihr nichts seht und dann haben wir das gleich auch schon. Lasst mich kurz hier sneezy schmeezy bereezy machen. Na ja hier ich habe es Leute. Ich habe es und dann bin ich jetzt noch zwei kurze Striche. Battle of the Boxes. So. Oh Leute. Oh Leute. Oh Leute. Februar Box. Morphish. Und ich sehe schon was geil. Was ist das denn hier? Weltrekordhalter Leute. Weltrekordhalter. Weltrekordrekordhalter. Weltrekordrekordhalter. Ich muss auch richtig lesen. Was für ein Rekord halten die? Ich weiß es nicht Leute. Ich kann es euch nicht sagen. Morphish Aufkleber. Auch wieder mit dabei. Da gucken wir gleich rein. Ist hier was cooles hin? Für mehr Ordnung Tackle Trace. Nice. Die guten Rapala Box. Und dann können wir hier sogar was draufkleben. Okay. Gucken wir mal rein. Erstmal Westin Leute. Krebse. Wir haben ja immer noch eine kalte Jahreszeit. Das dürfen wir nicht vergessen Leute. Und da sind Krebse immer gut. Zwei verschiedene Farben. Einmal in so einem schwarz Motoröl und einmal in so einem weiß. Wir sehen ja so ein bisschen. Ich hole die mal raus. Wir sind doch mal extra in so einem Plastik drinnen. Aber hier besonders die hier. Ah. Sind alle gleich. Ich dachte gerade die sind unterschiedlich. Aber schaut euch die mal an. Sehr sehr mikrolastig. Für Mikrobewegungen. Damit Barsche auch richtig Bock darauf haben. Wenn der jetzt hier oben steht. Und dann diese rumflanken. Mega geil. Mega geil. Muss man sagen. Bockt. Bockt. Krebse immer cool. Krebse immer cool. Besonders zur kalten Jahreszeit. Einfach ein bisschen über den Boden schleifen. Easy. Die haben. Die haben 6,5 Zentimeter. Und sind. Ähm. Das ist der Kreekraw. Akku. Kreekraw. Akku. Und hier sind nochmal mit dem Jighead oder mit dem Offset Haken. Ja. Kann man das Ganze dann auch fischen Leute. Dann haben wir hier ein Chatterbait. The Pig. Wie geil sieht der denn aus. The Cooler. Habe ich noch nie gesehen. 16 Gramm Chatterbait. The Cooler Chatterbait. Von Catch-Bus-Care. Okay. Okay. Interessant. Zeig mal her. Zeig mal her. Ich wusste nicht mal, dass die ein Chatterbait haben. Interessant. Okay. Mit so einem Plastik macht rum. Muss eigentlich nicht sein, aber. Ich hab noch mit so einem Draht hier festgemacht. Okay. 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 Gucken, ob wir das hier so rauskriegen. Das ist ja extra Müll, den keiner braucht. Das Blade ist erstmal schön groß. Na. Da kann man drauf nicht meckern. Ist ein schönes Blade. Das Draht hier. Alter. Mehr mit dem Draht zu kämpfen, ist alles andere. Ich ziehe es ja jetzt raus. Wenn jetzt die Franken rausgehen, lässt du Bescheid. Oh, goh. Hier sind sie nochmal so. Was ist das denn? So ein extra Gummi. Dickes. Zwei nochmal größere. Seht ihr das? Erstmal hier The Pig heißt das Ganze. Hier steht nochmal Chomp drauf. 16 Gramm. Ich werde den auf jeden Fall mal fischen. Jetzt nicht, aber mal im Sommer. Wenn die Schonzeit vorbei ist. Hier ist das Blade auch noch so angeknickt. Kann man da nicht meckern. Was steht da drauf? The Chomp Pig Hula. It's a bladed jig from Catch with Care. Built on the classic setup of a traditional chatterbait. The Pig Hula attracts the eye of the pig perch angler. Ah, okay. Alles klar. Alles klar. Sehr nice. Kann da noch irgendwas? Gucken wir mal. Das ist bestimmt auch noch UV-Aktiv. Bin ich mir ganz sicher. Auf jeden Fall. Das weiße, alter, das orange. Cooler Chatter. Wirklich. So vom Design her. Gefällt mir ganz gut. Bin mal gespannt. Bin mal gespannt, wie der läuft. Den werde ich auf jeden Fall fischen. Dann, oh, Buzz Byte. Buzz Byte geht immer, Leute. Von Westin. Buzz Byte SR. 4 cm, 4 g. Jetzt, wenn bald die Forellenzeit ankommt, dann vielleicht noch die Haken wechseln. Ansonsten für Barsch. Mega, mega nice. Auch der Buzz Byte. Für alle, die ihn nicht kennen. Oh, warte. Ja. Sehr UV-Aktiv. Is floating, Leute. Is floating. Das ist auch sehr geiles für die Bach-Angelei, Leute. Dann nochmal den Jerk-Bite. Besonders jetzt nochmal. Ach, Hechtzeit ist bei vielen vorbei. Aber in der Hechtzeit hätte man den nochmal richtig gut angeln können. 13,5 cm, 22 Gramm. Einfach langsam durchs Wasser twitchen. Bam, bam, bam. Und dann hätte man da auch noch gut Wischer mit fangen können. Hier sind wir noch. Trigger-Punkt. Trigger-Punkt. Und dann der Westin Jerk-Bite SR, 13,5 cm, 22 Gramm. Dann haben wir hier, ist das der Pig-Shed? Von Catch-With-Care. Könnte sein, oder? Können wir gleich nochmal gucken, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das könnte da sein, dass man den vielleicht einfach auf den Shatter-Bit packt. Und dann hätte man noch gut Hechte fangen können. Ja, Pig-Shed, Schmick-Shed, bam, bam, bam. Und hier haben wir den ganzen nochmal in klein. Besonders in so einer schönen, hellen, glitzernden Farbe. Wenn jetzt die Schonzeit vorbei ist, dann kann hier das auf jeden Fall drauf gemacht werden, wenn der Kleinfisch imitiert werden soll. Wenn der Kleinfisch imitiert werden soll. Dann haben wir hier noch den Rapala Extreme Action Slash-Bait. So was für Barsch. X-Rap, Schmick-Rap. Sehr, sehr nice. Der ist 4 Gramm und 6 Zentimeter und geht bis 1,5 Meter tief. Sehr nice, Leute. Der hat echt geile Farben, ne? Der hat echt geile Farben. Auch ein geiler Forellen-Köder. Kann man auch gut dafür benutzen. Ja. Ich würde sagen, diese Box ist auf jeden Fall diesmal sehr, sehr Westin-lastig. Sehr, sehr Westin-lastig. Einmal den Chatter-Bait, den ich so noch nicht gesehen habe. Und sehr, sehr Westin und Rapala-lastig. Da ist immer sehr viel Rapala in der Morphish-Box drin. Das weiß ich, aber das finde ich auch gar nicht so schlimm. Ich mag Rapala gerne. Auch Westin haben natürlich gute Köder. So, und hier haben wir das Ganze. Dann haben wir hier den Pekula. Und hier, ah, guck mal, das ist der Kinetic Playmato PT. Kinetic Playmato PT heißt der. Das ist gar nicht der Pekshed. Ich dachte, das wäre der Pekshed. Ja, alles klar. Alles klar. Und extra in der Pro-Box hier, im Preis, ist der Westin-Jerkbait drin. Steht hier nochmal. Das ist extra in der Pro-Box drin. Genau. Das war auf jeden Fall schon mal die Morphish-Box, Leute. Das war schon mal die Morphish-Box. Gehen wir weiter zur Better Fishing-Box. Und die Better Fishing-Box hat diesen Monat mal ein ganz anderes Design. Sehr viel Length. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch gute, gute Big-Bait-Köder drin sind, die wir gleich aufmachen werden. Da bin ich mal sehr, sehr, sehr gespannt, was wir sehen. Nichtsdestotrotz haben wir trotzdem immer noch hier die Lasche zu öffnen. Auch wenn die Box anders aussieht. Ich mach mal auf. Lasche. Ja, der Freund nennt auch so ein Lasche, Alter. Na, mit einem guten Wiederverwertungsstreifen. Oh. Das ist wild, Leute. Das ist wild. Das ist wirklich wild. Okay, womit fangen wir an? Wir haben einmal von Lur Jungs den Gobi Attractant. 100 Milliliter. Also, ist das ein Dorsch-Geruch? UV-Aktiv, erst mal. Ich will das nicht aufmachen. Ich mach das jetzt auf, Leute. Boah, Alter. Hm, ist gar nicht mal so schlecht. Ist gar nicht mal so schlecht. Soll das ein Grunde sein oder ein Dorsch, Leute? Was denkt ihr? Grundel oder ein Dorsch? Könnte nur Grundel sein, oder? Ich denke, das ist so Grundel-Flavor. Gobi Attractant UV-Aktiv. Ey, lass uns mal auschecken. Ey, 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 ey. Das ist krass. Nice, ey. Nice. Von Lur Jungs. Ich hatte mal von Carla das von Lur Jungs bekommen. Habe ich aber tatsächlich auch nur ein einziges Mal benutzt, die Knobi-Variante. Alter, die stinkt auch so hart. Wenn ihr die aufmacht, ist Game Over, Leute. Ist Game Over. Dann haben wir hier ein paar gute Offset-Haken, Leute. Ein paar gute Offset-Haken in der Größe 4.02 Stück drinne. In der Größe 4.02 Stück. Dann, was haben wir denn hier? Okay. Plastikkugeln. Als Stopper wahrscheinlich. Das ist ja den Wirbel. Wahrscheinlich sollen wir uns einen Rig basteln. Hier genau. In der Box, oder? Wahrscheinlich schon. Mal gucken mal. Dann haben wir hier von Westin, Leute. Der Shet-Tees Hollow. Shet-Tees geht immer 8 cm. Schön in einer sehr natürlichen Farbe. Mit einem Trigger-Punkt drauf. Hier. Ihr könnt den Trigger-Punkt sehen. Natürlich in Farbe. Ganz gut. Shet-Tees kann man immer gebrauchen. Alter, mit einem Loch hier drinne. Best Orange. Hier ist ein Loch drinne. Kann man dafür die Kugel da reinmachen? Ist dafür die Kugel da? Gleich mal gucken, was in der Anleitung steht. Geht ihr das? Hier. Ist dafür die Kugel da? Dass man sich da jetzt so ein Loch reinmacht. Oder so ein extra Blei. Oder eine Rassel. Dann haben wir den... Alter. Nee, der abgeht. Der Shet-Tees Minnow. 110 SPSR. Sehr, sehr schöner Wobbler, Leute. Sechser Haken. 110 mm. 14,4 Gramm. Und von Diver, Leute. Von Diver. Auch in der Zeit oder nach der Fronzeit auf jeden Fall geht das Ding auf jeden Fall nochmal gut ab, Leute. Das sieht noch ein bisschen UV-aktiv aus. Ich gucke mal gerade. Ja, aber der hat nur diesen gelben Trigger-Punkt hier vorne, seht ihr? Ja. Sonst nicht. Sonst ganz... Sonst nächster Kugel da unten. Die Rasselhaken sind bestimmt in erster Linie für Weitwurf, aber machen bestimmt auch noch ein paar gute Geräusche. Was haben wir dann? Alter. Und auch hier ein Shatterbait. Ist das ein Shatterbait? Von Striking. Ein Tour... Graffiti. Alter, das kann man... Slyther... Slytheric. Was ist das? Alter, ich mach mal auf, Leute. Was ist das? So. Ah, okay, okay. Also. Wir haben hier... Das läuft ungefähr wie der Dingsat, ne? Ich denke, das läuft wie der Dingsat. Wartet mal. Okay. Das wird ablaufen wie der Forellenzopf. Gehe ich gar nicht so aus. Hauptschnur durch. Kugel dahinter, damit das nicht auf den Wirbel knallt oder so. Oder auf den Knoten, damit der Knoten geschützt ist. Hauptschnur hier durch. Seht ihr hier? Da. Hier dann den Wirbel hinter. Oder hier. Und dann setzen wir daran einen Offset-Haken. Den wir hier zum Beispiel haben. Den basteln wir da dran. Und dann lassen wir das Ganze runtergehen. Der Offset-Haken ist so ein bisschen hinterher. Mit dem Köder. Geil, ey. Das wird sein. Das wird so laufen wie der Forellenzopf. Bin ich mir ganz sicher. Bin ich mir ganz sicher. Könnte im Wasser, einfach auch nochmal, im kalten Wasser, auch nochmal für den nötigen, kleinen Reizsorgen, falls das Gewässer stark überfischt ist. Kann ich mir gut vorstellen. Aber das ist nur mein Gedanke. Wir gucken später mal noch rein. Das ist echt verrückt. Das habe ich so lange nie gesehen. Erstmal von Tungsten Striking, der Slytherick. Okay. Slytherick. Was ist es da, um es über den Boden zu ziehen? Mal gucken. Wir werden es gleich sehen. Dann Slophopper von Storm. Also haben wir auch noch was von Rapala, Leute. Die Stormlors. Und hier mit so Wurmartigen Dingern. Ich denke, ein bisschen bekannt. Was haben wir denn hier? Hier haben wir eine Länge drauf. Da. 9 cm, Leute. 9 cm. Ja. Seht ihr. Das Motorel wird komplett zu grün. Gute UV-Aktivität. Sehr, sehr geil. Dann haben wir hier so einen Forellenartigen von Fox Rage. Leute. Von Fox Rage. So einen Forellenartigen Big Bait. Oh. Kann man nicht meckern. Sieht schön aus. Da fängt man auf jeden Fall den einen oder anderen dicken Hecht mit. Dann haben wir hier wieder Forelle. Auf jeden Fall der Tanta 3,5. Den kann man auch sehr gut auf Forelle fischen. Guck mal ganz raus. Ja, ja, absolut. Guckt euch den an. Das ist so ein absoluter Forellenköder. Unglaublich. Bam, 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 bam. Hier bimmelt das so rum. Na. Ist auch gut geflavert. Was ist das für ein Flavor? Das ist der... Steh nicht drauf. Na, auf jeden Fall. Irgend so ein Krammflavor. Krebsflavor auf jeden Fall. Hm. Riecht gut. Riecht gut. Is better fishing special. Mit Fish up zusammen. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Schön für Forelle. Dann, Alter, was ist denn alles hier drinne? Was ist denn alles hier drinne? Wie krass ist das denn? Dann haben wir wieder von Striking das Pro Model Crankbait. Crankbait geht immer in der schönen, natürlichen Farbe, in weiß, Leute. Zum weitwerfen. Hier die Kugeln drinne. Na. Können wir sehen. Dann haben wir hier ein bisschen die... Gucke ich mal, ob ich für euch die Stats hier rauskriege. Refloating. Hm. Stehen die vielleicht drauf oder drunter? Schwierig herauszufinden. Ja, finde ich nicht, Leute. Blue Gizzard ist die Farbe. Blue Gizzard. Und steht nicht drauf. Steht nicht drauf. Lauftiefe oder Länge. Hier steht noch drauf. Lucky Shed. Dives 8. Aber sonst steht hier nichts drauf. Sonst steht nichts drauf. Wir haben das, Alter. Riesenkrebse. In Blau. Von Savage Gear. Und... Schau mal... Ey... Ich sehe keine UV-Aktivität. 3D Reelscan. Sind auch wieder flavored. 7,5 Gramm. 9,1 Zentimeter. 3D-gescannte Details. Realistische Aktion. Abnehmbare Rassel. Abnehmbare Rassel. Okay. Abnehmbare Rassel. Krautdose. Hackschlitz organisiert. Ich gucke mal. Ich nehme mir mal so einen raus, auch wenn die beflavored sind. So. Wow. Abnehmbare Rassel. Was soll das heißen? Also der Krebs sieht echt cool aus. Ein bisschen hummerartig. Sieht er aus. Ein bisschen hummerartig. Ja. Das flavor. Ich nehme mir mal fest. Die Dinger. Vielleicht deswegen abnehmbar. Vielleicht, weil ich die da abmachen kann. Und die dann nicht fest sind. Vielleicht das, die abnehmbare Rassel. Ist einfach irgendwo nur schlecht übersetzt. Ne. Das könnte ich mir gut vorstellen, Leute. Da ist ein Offset-Haken. Schlitz. Auch noch bei. Aber auch auf jeden Fall. Gut Krebs. Also ich finde bisher, diese Box ist übertrieben krass. Für das Geld. Muss ich wirklich sagen. Diesmal. Gewinnt auf jeden Fall. Die. Eieieiei. Bei der Fishing-Box in meinen Augen. Dann Mawarm Stripes. Und dann haben wir noch Claudia Dager. Kochskills. Drei Sterne. Obwohl sie ja ein eigenes Ankerkraut-Rub hat. Das hat man nicht vergessen. Bei der Fishing-Box. Bei der Fishing 2020. Und jetzt bin ich mal nochmal hier gespannt, was hier noch drin steht. Ah, guck mal, was ist hier noch. Hier haben wir noch Dropshot-Bleie auch noch mit Tungsten. So. Jetzt mal hier. Gummipälen zum Schutz des Knotens beim Free-Rig, welche durch ihre Farbe einen zusätzlichen Reiz darstellen. Ja. Free-Rig. Ah, das wird Free-Rig sein, was wir da herstellen. Hier. Striking-Tongue-Slyther-Rig. 14 Gramm. Tungsten-Bullet-Weight mit Skirted-Rig-Franzen für die Montage am Texas- oder Carina-Rig. Geil, Mann. Sehr geil. Dieses innovative Patronengewicht kombiniert eins der beliebtesten Finesse-Rigs. Das Texas-Rig mit den Fransen eines Skirted-Jigs. Das Gewicht kommt mit dem Kahlen, endet zuerst auf das Vorfach. Ah, ja, ja, ja. Ja, genau. Gefolgt von einer Perle, wie ich es schon gesagt habe, an das Ende der Offset-Haken mit Köder gebunden wird. Die Vorteile der Montage bleiben erhalten und werden durch die verführerischen Aktionen der Fransen ergänzt. Ja, genau, wie ich es gesagt habe. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja, und dann wollten wir nochmal kurz auf den hier. Hula-Gummifisch für Barsch und Zander. Dieser Köder vereint die Form des Shettys und, ja, und Shetty Slim in einem, sorgt aber durch das Loch im Bau für besondere Wasserverwirbelung und lässt sich durch den hohlen Körper leichter beim Einsaugen falten. Außerdem lässt sich die Öffnung hervorragend mit Lockstoff füllen. Okay, alles klar. Ey, das ist eine krasse Box. Ey, aber ich habe jetzt die XXL-Version, ne? Ich habe gar nicht mehr die XL-Version. Schaut mal, ich habe jetzt die größte Version. Ohne, dass ich es wusste. Ey, danke an Better Fishing dafür. Danke an Better Fishing dafür. Dann sind die preisgleich. Da muss ich kurz korrigieren. Wow. Leute, dann sind die preisgleich. Better Fishing preisgleich. Und dennoch, ne? Äh, dennoch schlägt diese Box bei Weitem diesen Monat die Morphish-Box. Aber um Längen. Wirklich. Also erstmal von der Vielfalt her, der Köder, von der Markenvielfalt her, von dem Terminal Tackle her, also muss man sagen in dem Fall, da, also schreibt mir in die Kommentare, was ihr denkt. Aber diese Better Fishing-Box hat einfach alles dabei. Zander, Barsch, Hecht, sogar Forelle mit dabei. Da kann man wirklich nicht meckern. Und wenn ich dann dazu nochmal die Morphish-Box rausholne, dann haben wir hier natürlich auch Forelle, Krebse, Hecht, Barsch. Haben wir natürlich auch alles mit dabei. Aber von der Vielfalt her, auch der Markenvielfalt her, haben wir dieses Mal auf jeden Fall die Better Fishing-Box auf jeden Fall sehr weit vorne. Dazu das Terminal Tackle, was dabei ist. Gibt auch nochmal einen guten Punkt. Dann noch das hier. Ja, ey, also in meinen Augen ist es diesen Monat klar, Leute. In meinen Augen ist es diesen Monat klar, Better Fishing-Box. Ey, danke nochmal an die größere Version der Better Fishing-Box. Sehr, sehr geil. Herzlichen Dank dafür. Und für mich ist diesen Monat klar, Leute. Gewinner diesen Monat, Monat Februar, auf jeden Fall Better Fishing-Box. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr darüber denkt, Leute. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Falls ihr das Ganze gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und das Allerwichtigste ist, bleibt gesund. Falls ihr was habt, dickes Petri. Und bis dahin, euer Icey. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.